Diesen Kanal zu produzieren und sich mit der Produktion zu professionalisieren, kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und dahin zu kommen, wo ich hin will, wo ich nämlich noch lange nicht bin, brauche ich für den Anfang erst nochmal eure Unterstützung. Ich erwähne es ja seit einiger Zeit schon in jedem Video, möchte euch aber nochmal genau erzählen, was ihr für Möglichkeiten habt, dieses Projekt hier zu supporten und was ihr auch dafür bekommen könnt. In dem Sinne kommen wir mal zum Eingemachten. Ich bin Luke und heute möchte ich euch mal zeigen, was ihr alles von mir für eure Unterstützung bekommt. Also versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich in der Gosse lebe und kurz vorm Verhungern bin. Der Channel bringt ungefähr so viel ein, dass ich eben ein bisschen mehr Zeit habe, um mich auf die Produktion dieses zu konzentrieren. Aber im aktuellen Status kann ich zum Beispiel nur hier vor meinem Schreibtisch in meinem Schlafzimmer drehen, als vor einem schönen Hintergrund. Und ihr steht wortwörtlich auf dem Bett mit einem Bein des Statives. Auch der Ton ist nicht unbedingt optimal und alles erfordert jede Menge Nachbearbeitung und dadurch dauert es auch länger. Deswegen ist es ganz gut, dass ich schon nicht unbedingt noch einen Job nebenbei haben muss, aber es wiegt sich nicht unbedingt mit einem auf, was ich gerade verdiene. Dennoch habe ich erstmal dieses Risiko auf mich genommen und will gucken, ob ich diesen Kanal zu etwas bringen kann, was wirklich Vollzeit funktioniert. Also es ist nicht so, dass ich von euch verlange, mir Geld zu geben, aber ich will halt versuchen, irgendwie innerhalb dieses Projektes an einen Punkt zu kommen, wo er sich selbst finanziert. Und das braucht eben viel Konzentration und viel Liebe, die ich nicht aufwenden kann, wenn ich noch nebenbei einen Job habe. Aber wie gesagt, aller Anfang ist schwer und ich muss so lange weitermachen, bis ich es mir dann eben leisten kann, zu upgraden. Und da könnt ihr mir zumindest schon jetzt extrem weiterhelfen. Der wohl einfachste Weg, mich zu unterstützen, ist, meine neuen Videos zu liken, zu kommentieren und an eure Freunde zu teilen. Das ist inzwischen schon eine Standardfloskel auf YouTube geworden, aber ihr glaubt gar nicht, was das in der Masse eigentlich ausmacht. Nur durch viele Interaktionen kommt man wirklich im Algorithmus auf YouTube voran und wird dann somit mehr neuen Leuten empfohlen, die einen vielleicht noch nicht kennen. Wenn ihr zum Beispiel ein Video auf Twitter, Facebook und Co. teilt, sieht das der Algorithmus und schiebt es auch auf YouTube weiter nach oben, denn dadurch kommen neue Leute auf die Plattform und das will YouTube. Wenn euch also gefällt, was ihr seht, könnt ihr so unheimlich gut helfen, mehr Aufmerksamkeit auf diesen Kanal zu lenken, ohne wirklich selbst mehr Stress oder irgendwelche Ausgaben zu haben. Und ansonsten könnt ihr auch sowas wie meinen Amazon-Rev-Link unten in der Beschreibung zum Einkaufen nutzen, euch über den Link ein Audible-Abo machen oder einfach ein Shirt in meinem Merch-Shop kaufen. Über diese Sachen bekomme ich jeweils einen kleinen Betrag, ohne dass ihr mehr dafür zahlen müsst. Also die T-Shirts kosten schon Geld, aber ihr bezahlt jetzt nicht übermäßig viel dafür und kriegt auch noch ein T-Shirt. Und für alle, die etwas mehr geben wollen, gibt es Plattformen wie eben TP Stream oder Patreon. Über TP Stream könnt ihr mir einmalig mit so ziemlich allen Zahlungsmöglichkeiten ein Trinkgeld senden. Das geht im Stream mit einer Nachricht, die dann direkt in den Livestream gesendet wird, aber auch wenn ich offline bin und ich bekomme dann einfach per Mail die Benachrichtung, dass ich das Geld bekommen habe und die Nachricht von euch. Und ich freue mich natürlich jedes Mal mega. 50 Euro? Auf Patreon könnt ihr mich monatlich mit einem festen Betrag unterstützen. Das ist gerade für mich natürlich der Optimalfall, da ich genau sehe, wie viele Ausgaben ich in einem Monat für den Kanal machen kann, um noch in den schwarzen Zahlen zu bleiben. Spoiler, ich war mit diesem Kanal noch nicht einmal in den schwarzen Zahlen und gebe die ganze Zeit noch was von meinen Rücklagen aus und versuche so eben weiter über die Runden zu kommen. Für eure Unterstützung auf Patreon bekommt ihr natürlich auch etwas. Ab 5 Euro pro Monat bekommt ihr zum einen die Videos einen Tag früher als der Rest auf YouTube, euch wird in einer Grafik in jedem Video, in fast jedem Video gedankt und neben Einblicken hinter die Kulissen bekommt ihr den wöchentlichen Podcast auch live bei der Aufnahme, um direkte Fragen in den Stream zu stellen. Ab 10 Euro monatlich kommen zu diesen Dingen dann noch exklusive Verlosungen dazu, in denen ihr Dinge gewinnen könnt, die wir in den kommenden Zusatzvideos machen wollen. Dazu zählen zum Beispiel Lego-Sets wie der bald herauskommende Lego Millennium Falke aus Solo A Star Wars Story mit einem eigenen Lighting Kit. Eine von mir und nur die Timber angefertigte Daphne-Hilos-Maske, Daphne-Hilos-Lichtschwert, äh, umlackierte, bildschirmgetreue Star Wars, Nerve Blaster und, 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 und. Die gerade genannten Sachen sind die, die jetzt wirklich unmittelbar anstehen und in Zukunft kommt auf jeden Fall noch einiges mehr dazu, wo ich mir jetzt vielleicht noch nicht unbedingt Gedanken drüber gemacht habe. Ab 20 Euro im Monat bekommt ihr alles, was davor ist und noch einen Discord-Rang auf meinem Discord-Server und ihr tretet dem Dicke-Hosen-Club bei. Die Leute, die da dabei sind, können bei den Livestreams, die ich wöchentlich mache, mit mir und meinen Freunden zusammen zocken, sofern es ein Multiplayerspiel ist und wir auch Bock darauf haben. Und, ja, da könnt ihr quasi dabei sein. Außerdem bekommt man da nach sechs Monaten Unterstützung auf diesen Rang jährlich ein kostenloses Nerdfactory-Shirt geschenkt. Als letztes habe ich den Regenmacher-Perk für alle, die 50 Euro oder mehr da lassen, was übelst insane ist. Die bekommen ein Shirt oder ein Hoodie nach sechs Monaten Unterstützung. Sie bekommen den Regenmacher-Discord-Rang, eine Graphic-Novel einmal im Jahr und noch ein exklusives Sofortbild in extravaganter Pose von mir. Nichts sexuelles allerdings. In erster Linie macht ihr damit also möglich, dass hier überhaupt Videos kommen können, da ich mehr Zeit eben aufwenden kann für den Kanal. In nächster Instanz möchte ich eben versuchen, den Leuten, die ein bisschen mehr da lassen, auch ein bisschen mehr zurückzugeben. Ich werde auch weiterhin auf meine Videos alle fünf Minuten Werbung schalten und in den Videos kleine von mir gesprochene Werbepausen für eben Patreon oder andere direkte Markenpartner einbauen. Im Optimalfall bekomme ich so irgendwann mal einen oder mehrere feste Sponsoren, mit denen ich das Projekt dann auf eine höhere Ebene hieven kann. Und seht es bitte nicht so, als ob ich mir einfach nur euer Geld in die Tasche stecken will und mir ein schönes Leben machen will. Jeder Cent, den ich bekomme, geht in irgendeiner Art und Weise in dieses Projekt, da ich es momentan als mein Hauptprojekt sehe und eben viele Risiken eingehe, um mich voll hierauf zu konzentrieren und das eben in den nächsten Monaten so gut zu machen und so weit auszubauen, wie ich nur kann, damit ich eben auf den Punkt komme, wo ich das vielleicht als Vollzeitjob wirklich auch machen kann und es sich auch lohnt und nicht so wie jetzt, ich eher dann Minus mache. Und sollte das Ganze nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann heißt das nicht, dass der Kanal komplett vorbei ist, aber ich müsste dann eben als selbstständiger Webvideoproduzent andere Aufträge annehmen und andere Jobs machen und habe deswegen dann nicht mehr so viel Zeit, diesen Kanal zu machen. Und die Videos kommen nicht regelmäßig, sondern wie jetzt in den letzten Monaten sehr unregelmäßig und das ist eigentlich das, was ich vermeiden will. Und bis ich da bin, freue ich mich aber wirklich, wirklich extrem über eure Unterstützung jeglicher Art. Wir alle sind Nerdfactory. Ihr als meine Community seid quasi die Gewerkschaft. Ohne euch geht hier gar nichts und ich mache das alles, um euch am optimalsten zu unterhalten. Danke, 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 dass ihr mir so viel Unterstützung gebt und so viel zurückgebt für die Videos, die ich für euch mache. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video mit mehr Nerdcontent. Rinnjahauen.